Hallo Leute! Willkommen zu zuletzt bei Black Mirror. Im letzten Part haben wir die Zitadelle betreten und können sie noch nicht verlassen. Wir haben hier schon einiges herausgefunden. Diese Pergamentrolle wurde herausgerissen. Es scheint nur noch eine Art Familienschwur übrig zu sein. In Blut sind wir gebunden an das Land, das wir schützen. An die Wahrheiten, die wir allein verbergen. Ich werde mein Leben opfern, um meinen Clan vor Leid zu bewahren. Ich werde meinen Geist opfern, um die Finsternis zu bannen. In Blut sind wir gebunden bis zum Tage der Abrechnung. Da stand jetzt gar nicht so viel auf dem kleinen Papierzettel noch. Okay... Oh, was ist das? Touch? Was? Warum schon wieder Touch? Hallo, kann man das nicht übersetzen? Da Touch, okay. Fühlt sich so der Wahnsinn an. Das kann nicht real sein. Okay... Da waren Blubberblasen. Guck mal, da Blubberblasen. Darf ich die... Soll ich die berühren? Nee. Hier ist auch nichts mehr. Vielleicht soll ich hier einfach rausgehen. Das kann ja auch sein. Alter, was ist hier eigentlich los? All das hier sieht aus wie der Grund eines Sees. Ein B... Jetzt ist da auch noch ein Fisch! Was? Es sieht ein bisschen aus wie der Grund von einem See, ja? Was willst du mir zeigen? Nein. Okay... Ist das mit dir? Soll ich berühren? Oder auch nicht? Doch! Sie hält kein Baby, sondern irgendein schweres Objekt. Um sich nach unten zu ziehen. Selbstmord? Alter, was? Ich glaube, ich habe etwas übersehen. Okay, sag ich nochmal... Nee, ich will nicht hier hochklettern. Was? Was ist jetzt los? Alter, das war... Da war mir alles dunkel. An ihrem Bauch ist eine frische Wunde. Die Gestalt da oben muss... ...Edward sein. Wen hat Edward umgebracht? Hat sie sich umgebracht aus Schutz vor ihm so... ...oder aus Angst vor ihm? Nein, 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 nein! Manchmal wird es so dunkel dann. Das ist ungutig. Ein... Stimmt. Huah! Alles in Ordnung? Nicht das schon wieder. Ach ja, ich muss mit dem hier steuern. Ja, ich krieg das hin. Okay, es wird leiser. Ah... Haben Sie... Sie gesehen? Sie... Sie ertrank! Ruhig, Sie haben einen Schock. Weshalb sind Sie hier drin rumgeklettert? Wenn ich Ihnen das sagte... Sie würden mich für verrückt halten. Seltsam. Genau das hat Ihr Vater zu mir gesagt. Aha. Und du bist... Was? Wer sind Sie? Mein Name ist Dr. Lea Farber. Ich habe Ihren Vater in der Anstalt behandelt. Die Anstalt? Gehen wir zurück ins Schloss und versorgen Sie. Da war doch aber noch hier, Sie kannten meinen Vater. Na gut, das hat es jetzt wahrscheinlich bei... Wer sind Sie mit dazu gesagt? Okay. Passt schon. Ich finde es übrigens erstaunlich, dass wir schon sage und schreibe neun Prozent geladen haben. Sage und schreibe 40 Prozent. Alter, das ist so... Das ist so traurig an dem Spiel. Hm. Ja, warum denn? Weshalb sind Sie hergekommen? Weil ich nicht weiß, ob die Geschichte Ihres Vaters schon beendet ist und ich mit ein paar Dingen noch meinen Frieden schließen muss. Aha. Was machen Sie von einer Anstalt? Wie gesagt, Ihr Vater wurde in eine eingewiesen. Wie das? Wer hat ihm das angetan? Ich. Leider konnte er ausbrechen. Was? Augenblick mal. Wie können Sie es wagen, hierher zu kommen und... Ich hab's dir gesagt. Dein Vater war ein Irrer. Ein total durchgedrehter Irrer. Beachtet mich gar nicht. Spricht weiter. Alter, dieser... Und? Mit welchem Recht haben Sie meinen Vater in ein... ...in ein Irrenhaus gesteckt? Ich war seine Ärztin. Ich verstehe, dass Sie unter Schock stehen, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, so mit mir zu reden. Ich habe versucht, ihm zu helfen. Er ist tot. Gute Arbeit. Jetzt hören Sie mal... Sie hat ihn selbst in die Irrenanstalt gesteckt. Jetzt wird's interessant, sag ich jetzt mal. Haben wahrscheinlich alle noch nie was vom Fluch der Gordons gehört und dann sind alle eingesperrt, sag ich jetzt mal. Oder wollen halt den Fluch nicht wahrhaben. Und damit deshalb... Oh mein Gott! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Schade, der lebt ja noch. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Warum Sie? Warum Sie? Warum Sie? Die, die mochte ich, das Dienstmädchen. Die war toll. Außerdem wollte die doch mit mir reden am Abendessen, nach'm Abendessen. Das finde ich jetzt nicht nett. Ich mochte die. Eddie. Alles wird gut. Reiß dich zusammen. Ich schlage vor, niemand geht mir hinunter. Wir sollten den Raum so belassen, bis die Polizei kommt. Ich werde Sie sofort morgen früh verständigen. Was für ein unglücklicher Unfall. Ein Unfall? Das glaubst du? Gleich nachdem der Sohn dieses Irren hier aufgetaucht ist? Du warst es doch, der mit blutigen Händen über ihrer Leiche stand. Wie kannst du nur? Ich kam zu spät. Ich wollte ihr helfen. Wie? Wie war das? Na, na, mein Junge. Bringen wir dich ins Bett. Angus, würden Sie... Natürlich, Madam. Ich denke, ein bisschen Schlaf wird uns allen guttun. Ich weiß, Sie haben keinen Grund dazu, aber Sie müssen mir vertrauen. Ich stehe hinsichtlich des Todes Ihres Vaters als Einziger auf Ihrer Seite. Lady Margaret ganz sicher nicht. Aber wenn ich Ihnen von der Kapelle erzähle, stecken Sie mich in eine Gummizelle. Wie meinen Vater. Jep, genau das ist das Problem. Also, nochmal, warum... Wieso sind Sie hier? Wieso sind Sie hier? Um sicherzugehen, dass mein Vater wirklich unter der Erde liegt? Bei allem Respekt, Mr. Gordon. In diesem Ton können Sie nicht mit mir oder über meine Arbeit reden. Ich habe wirklich versucht, Ihrem Vater zu helfen. Ihr Vater stand bereits unter starken Medikamenten, als man ihn zu mir brachte. Um weitere Gewaltausbrüche zu verhindern, sagte Lady Margaret zumindest. Aber irgendwas kam mir komisch vor. Wie ging es meinem Vater denn, als Sie ihn weggesperrt haben? Ich habe ihn nicht weggesperrt. Ich wollte ihm helfen. Er war überzeugt, dass irgendein alter Fluch auf ihm lag. Dass er vom Bösen verfolgt wurde. Ich wünschte, ich hätte ihn erreicht. Ich hätte ihm helfen können. Sie sind ganz schön hartnäckig, was? Vielleicht lassen Sie sich mit ein bisschen Informationen abspeisen. Ähm, ist das eine vor der Familiengeschichte, das uralte Böse? Er redete ständig von einer dunklen Macht, die ihn und unsere Familie bedrohte. Brachte er Ihre Mutter und Sie deshalb nach Indien? Um diesem Ort möglichst fern zu sein? Ich glaube schon, ja. Und dennoch sind Sie hier. An eben dem Ort, vor dem er Sie schützen wollte. Wer weiß, vielleicht birgt dieser Ort wirklich etwas Böses. Etwas Böses, das uns zurückzerrt, egal aus welcher Entfernung. Selbst von der anderen Seite der Welt. Vater war von der Familiengeschichte besessen, solange ich mich erinnern kann. Hat Ihr Vater wirklich geglaubt, die Familie sei hinter ihm her? Wer weiß, ich glaube nicht. Was ihn ängstigte, ging wohl über das Weltliche hinaus. Und was glauben Sie? Hatte Ihr Vater recht? Gibt es Dinge jenseits des Physischen? Hm. Das ist eine gute Frage. Ablehnen? Also sagen wir, nö, 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 gibt's nicht. Oder weil ich wäre einfach raus und sagen, hey, du hast übrigens geile Titten. Und ich würde mal sagen, genau das machen wir. Ich muss mich jetzt um andere Dinge kümmern. Wie eine ertrinkende Frau, die durch die Luft schwebt. Wenn Sie mir wirklich helfen wollen, ich muss erfahren, was das Hausmädchen wusste. Was Lady Margaret und Angus vor mir verbergen wollten. Sie glauben, das führte zu Ihrem Tod? Vielleicht. Was ich in der Kapelle gesehen habe, muss real sein. Sie muss sich unten im See ertränkt haben. Denn wenn ich mir das alles nur einbilde. Puh. Wie der Vater, so der Sohn. Ja, kann man so sagen. Das bedeutet, wir sollten vielleicht dann mal gegebenenfalls auf Tauchstation gehen. So, wie heißt der kleine Pisser nochmal? Andy? Schade, dass der nicht dabei umgekommen ist. Oh, was haben wir hier? Rory ist total ordentlich. Natürlich, Mann. Das ist der Gärtner. Hey, stimmt. Der Gärtner. Wir haben einen Gärtner. Der Gärtner ist schuld. Cluedo Fall gelöst. Der Gärtner ist schuld. Das ist immer der Gärtner. Auch wenn ich Rory ja irgendwie mag, obwohl er irgendwie ein widerlicher Kerl ist. Wo geht man denn hin? Also da geht es ja runter in den Keller, wenn ich mich nicht ganz irre. Wir müssen die Leiche des Hausmädchens im Keller untersuchen. Ach, darf ich? Um ihren Mörder zu finden? Um sicherzustellen, dass es Mord war, bevor wir jemanden beschuldigen. Okay. Angus hat den Schlüssel. Es sei denn, wir kommen anders rein. Hm, wie kommen wir da rein, wenn Angus den Schlüssel hat? Weißt du, die wollen das gerade alle vertuschen, dass die die umge... Ich habe eine Idee, wie wir in den Keller gelangen. Aber ich weiß nicht, ob sie Ihnen gefällt. Wenn es dabei um diesen dreckigen Kasten geht, vergessen Sie es. Tja. Nicht Damenhaft. Sie haben Hilfe, ich kann das nicht alleine tun. Ähm. Komm schon, ich kann es nicht. Ich passe nicht rein. Und sonst wüsste ich keinen Weg in den Keller. Sie erwarten unter diesen Umständen ganz schön viel Vertrauen von mir. Ich weiß. Sie können mir vertrauen. Und ich werde versuchen, mich Ihnen zu öffnen, so gut ich kann. Na gut. Kleidung kann man waschen. Was bist denn du für eine äthepäthete Schnöpfe? Geh da einfach rein. Scheiß auf die paar Spinnnetze. Reizend. Ja? Oh, reizend aussieht. Tschüss. Tschüss. Grüß die Zombies da unten. Ziehen Sie mich wieder rauf. Äh. Ich brauche etwas, um die Türen von innen zu öffnen, wenn ich unten bin. Sie braucht etwas, um die Tür zu öffnen. Aber was? Damit sollte es gehen. Ach, Messer. Wir müssen die Leiche des Messer um ihren... Ja, das wissen wir doch schon. So. Gebe ich jetzt automatisch das Messer, oder? Ja. Ja. Sehr gut. Und abwärts. Tschüss. Viel Glück. Dann bis gleich. Oh, sie klingt auf einmal richtig sympathisch. Dr. Farber? Ist alles in Ordnung? Ich glaube, sie ist tot. Ja, die ist tot. Unten war ein Zombie. Der Zombie hat sich aufgefressen. Her! Ja, die ist tot. Wenn ihr etwas zugestoßen ist. Uah! Sorgen Sie sich nicht um mich. Ich war schon an seltsameren Orten als diesem Schloss. Kommen Sie. Blöde Kuh. Also, ich denke mal, dass, ähm... Eventuell Angus das Dienstmädchen umgebracht hat. Könnte ich mir schon vorstellen. Irgendwas haben die zu verbergen. Die wollen irgendwas mit dem Fluch verbergen, sage ich jetzt mal. Und damit vielleicht gar nichts zu tun haben. Und, keine Ahnung, den komplett, ja, geheim halten. Und deswegen wollten sie sie umbringen, weil sie uns was erzählen wollte. Oder sie brauchen uns. Das kann auch sein. Ähnlich wie in, äh... Wo geht die hin? Ähnlich wie in Black Mirror 2. Äh, hi. Fleisch scheint in diesem Haus hoch im Kurs zu stehen. Fleisch ist immer gut. Was für ein entsetzlicher Tod. Was für ein... Wie ist die überhaupt gestorben? Ihr wurde das Genick gebrochen. Und mit beachtlicher Kraft, wie es scheint. Ihre Halskette scheint aus Gold, wenn auch recht schlicht zu sein. Und es ist keinerlei Anhänger daran. Trotzdem viel zu teuer für ein Hausmädchen. Es, äh... Woher kommt dieser plötzliche Luftzug? Na verdammt! Mr. Gordon, bitte reden Sie mit mir. David, können Sie mich hören? Ja, ja, ich kann dich hören. Was machen die da? Ich versuche die... Mr. Gordon, hören Sie mich? Ich verstehe nicht, warum das manchmal dunkel wird und manchmal nicht. Ihre Kleidung. Er hat die Naht aufgerissen. Mr. Gordon, bitte reden Sie mit mir. Ja! 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 Was war das? Ja! 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 Äh... Okay! Wir wissen, was passiert, wenn es auf einmal so dunkel wird. Ich wollte es jetzt einfach... Ich habe keine Ahnung, was da passiert, wenn es so dunkel wird. Okay! Okay! Sehr gut! Warum nicht? Kann man aber machen. Ja! 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 Okay! Ja! 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 Jetzt sind wir natürlich wieder hier unten. Sehr gut! Und ich würde mal sagen, meine Freunde, ich würde mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal sehen wir uns dann an Ort und Stelle einfach wieder. Hey, schau mal da vorne! Ja! 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 Und ich würde mal sagen, dass wir alles in Erfahrung bringen können. Also gut, Leute, das war damit letztens bei Black Mirror für heute. Was für ein Einzelne... Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!